Hello, willkommen. Schön, dass du da bist. Heute werde ich mich um dich kümmern. Also ein wenig Ja. Und die Beleuchtung ist auch ganz, ganz gering. Also nicht so viel Licht. Tschüss. Okay, deine Haare sind ein wenig trocken, deshalb mache ich ein wenig Spray in deine Haare. Okay, deine Haare, deine Haare, deine Haare, deine Haare. Okay, deine Haare, deine Haare. Okay, deine Haare, deine Haare. Okay, wir machen das. Jetzt machen wir das nochmal auf der anderen Seite. Und nochmal auf dieser Seite. Und nochmal auf dieser Seite. Gut, jetzt kümmere ich mich noch kurz um deine Augenbrauen. Okay, jetzt kurz stillhalten. Okay, jetzt dies ab. Sehr gut. Alles klar, super. So, jetzt noch ein wenig bürsten. Und los. Und andere Seite. Okay, du wolltest, genau, du wolltest kein Lidschatten, sondern nur ein wenig Kajal. Gut, ich habe diesen kleinen Kajal hier. Den benutzen wir dann. Und jetzt musst du kurz die Augen schließen. Okay. Super, jetzt die andere Seite. Super, jetzt die andere Seite. Und jetzt die andere Seite. Okay. Und jetzt die andere Seite. Und jetzt die andere Seite. Und jetzt die andere Seite. Just a little bit. Just a little bit. Flüssig Kajal. Eine kleine Flügel hier außen. Okay, jetzt musst du wieder kurz stillhalten. Das braucht jetzt nämlich ganz stille Hände. Sehr gut, andere Seite. Super. Gut, wir machen jetzt ein wenig mit deiner Haut hier weiter. Ich habe Guascha hier dabei und damit werden wir deine Haut massieren. Ich habe zwei verschiedene Arten. Vorher tragen wir natürlich erstmal was auf. Ich habe einmal ein Serum hier. Ich habe und ich habe natürlich ein bisschen Hyaluronsäure. Und noch ein wenig Gesichtsöl. Also zuerst das hier. Ein paar Tropfen. Ich habe eine Hyaluronsäure. Hyaluronsäure. Und als letztes noch ein wenig Gesichtsöl. Und als letztes noch ein wenig Geschenk. 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 Geschenk. Und als letztes noch ein wenig Geschenk. Und als letztes noch ein wenig Geschenk. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Wir dürfen natürlich die Mascara nicht vergessen. Ich habe hier noch zwei Lipglosse. Ich mache unten mit Glitzer und oben ohne Glitzer. Das kannst du dann vermischen. Okay, los geht's. Und jetzt so. Super. Und du wolltest noch was für deine Nägel, ne? Ein wenig Nagellack. Ich habe hier zwei verschiedene. Du hättest du gerne? Beide? Okay. Wir machen abwechselnd. Das heißt, das hier kommt auf Daumen, Mittelfinger und Kleinerfinger. Und das hier dann auf die restlichen zwei. Und auf der anderen Seite machen wir dann das auf drei Finger und das auf zwölf Finger. Okay. Also abwechselnd. Okay. Gut. Okay. Okay. Und andere Seite. Jetzt kommt der andere. Und nochmal das Ganze. Und nochmal das Ganze. Und nochmal auf dieser Seite. So, wir müssen jetzt noch ein bisschen von deinen Haarspitzen abschneiden. Aber immer nur, nur ein kleines bisschen. Komm her. Okay. Und die andere Seite. Super. 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 Und noch hinten. Und noch hinten. Und noch hinten. Und das selber nochmal mit dieser Bürste. Für ein wenig mehr Geschmeidigkeit. Ich bin. Und nochmal ganz hinten. Für die Edges bekommst du noch ein wenig Gel. Nur ein wenig. So, einmal hier und einmal hier. Und hier. Super. Und hier noch ein wenig Kopfmassage. Ja. Und du wolltest noch auf der Stirn ein wenig Massage. Und hier. 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 hier. Und hier. Und hier. hier. Und hier. 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 hier.